Perfekter Modus Alter direkt die Wunderwaffe man Hallo meine Schlawiner Voice und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heute zocken wir Call of Duty Black Ops Zombie Modus Eine schöne alte Karte und zwar verrückt Heute habe ich Verstärkung dabei, einen guten Freund von mir Den FCB Supporter 93 Grüß Gott Yeah, grüßt euch Leute Das geht, das geht, das geht Ja geil Ich glaube wir starten direkt Back to the rules Oh ja, oh ja Mal schauen wie weit wir kommen Ich würde auch sagen wir machen eine kleine Headshot Challenge Ah sehr gerne, sehr gerne Kein Strom Kein Strom, oh da ist er ja schon Uiuiuiui Welches sind deine Fenster, welches sind meine Fenster? Ähm Nachdem hier so ziemlich die ganze Horde hier kommt Erstmal Zusammen meinst du? Ich nehme schon mal meinen gratis Kaugummi Mal gucken was wir bekommen Die Todesrutsche wieder Oh und hinter mir ist schon wieder einer Die kann wir! Meine! Ja auf jeden Fall weißen wir zurück Ja auf jeden Fall weißen wir zurück Das soll schnell keiner gar nicht schauen oder ist nur einer? Schön auf Punkte, schön auf Punkte zu beginnen Yes Gut Zweite Runde also ich würde sagen Ich übernehme die hinteren Fenster hier Okay dann mache ich die vorderen Messer Time Sieben oder acht Schuss haben die ausgehalten oder? In der zweiten Runde Kannste gar nicht mehr sagen aber Auf jeden Fall einige Können wir schon wieder nachladen Ich meine schon Ich meine schon Oida Mo Ja da kommen sie schon rein Oh ich habe schon keine Munition mehr Oh der war im Zombie drin sorry Der war im Zombie Irgendwann haben wir die 400 Punkte gekriegt Der typische Anfänger Ja was soll ich machen wir haben gemäßert Und dann bin ich einfach direkt Neigler Aber hier gibt es halt keine gute Zweitwaffe oder? Ne ich glaube nicht Also hier ist diese Ja eine Pistole alter Ne das lass mal schein Ja die Pistole Ich würde echt gerne weiter gehen Hier ist doch die Shiva oder Oben ist doch glaube ich gleich MP40 oder? Oh fuck alter Ja Ich mache oben auf Komm mit Ja lass mal weiter gehen Ja ja komm mit Sehr gut Hier müsste doch irgendwo die MP40 Ah ja hier ist sie schon Genau Ja hier ist sie 1300 alter 2 zu 0 steht schon von den Headshots Oh Munition perfekt o Sehr schön Und doppelt Doppelte Doppelte Funktion Ich würde Ich würde zeigen Da warten wir Ah jetzt bin ich schon reingelaufen Auf im Preis Okay Sorry Auch nicht schlecht Auch nicht schlecht Ist alles zu Jetzt ist die Frage Hier oben wo wir aufgemacht haben Können die da auch kommen? Ich denke schon ja Da müsste auch ein Fenster sein Ja Ne dann bleiben wir auf jeden Fall oben Aber hier können sie kommen Aber hier können sie kommen Also hier können sie kommen Und von hier vorne Ich bin hinten beschäftigt Wie schauts für dir aus vorne Oh Ja ich bin gerade unten an der Treppe Kommen wir jetzt wieder hoch Instakill Sehr schön Messen wir sie nieder die Boys Messen wir sie nieder die Boys Ja dann nimm Dating noch Hehehehehehe Und schau ob da noch irgendwelche rumlaufen Ne das wars Was ist das hier draußen für eine Waffe? Ah ok Ist auch nicht so geil War nicht so geil in der nächsten Im nächsten Fenster Also in dem nächsten Raum So ne gute Stelle wo wir einfach nur nach vorne schießen konnten Ja Ja Die Munition habe ich noch in der Lauf Ja Jetzt ist halt mein Bild genau da Wo die Munition ist Na egal Willst du schon aufmachen oder? Ähm ich komme jetzt mal ein bisschen weiter hinter Dass wir schon mal näher zusammen stehen Weil ich denke dass wir in dieser Runde schon Weiter gehen müssen Oh ich bin vorbeigelaufen an ihm Sehr gut Hahaha Der ist vorne Wunderbar Sehr schön Zombie Splitterkanaten Klassisch Oldschool Zombie Modus Habe ich Bock? Ist geil Ich bin richtig drinnen Ja Du sagst Bescheid wenn es bei denen immer weiter geht Ja Bei mir sind gar nicht so viele Zombies Gut Wie er an seinem Blut erstickt Hahaha Das Geräusch alter Okay Gut Das war's Ich würde sagen Müsst du aufkaufen Gehen wir trotzdem weiter oder? Ja Kuf auf die Tür Hast du schon ein Kaugummi gekuft? Ne noch nicht Ne noch nicht Ah genau Hier hinter uns ist nur das Fenster Und hier links ist dann gleich Ah Fragezeichenbox 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 Und hier ist die STG die ist auch sehr gut Ich bleib jetzt noch bei der Oh ich sehe ihn immer Da ist er BAM 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 ities Bhey BAm BAM Ich denke nur der ist auch der letzte Hier wird richtig geschnitzelt Ich hätte voll Bock auf Fragezeichenbox ehrlich gesagt Vielleicht können wir uns ja einen am Leben behalten oder so Ich habe auch meine Munition gar nicht im Blick ehrlich gesagt Ist er mir schon reingelaufen Jetzt habe ich keine Munition mehr Perfekter Modus Perfekt Alter Ja dann mache ich die Fragezeichenbox auf Ich kaufe die Tür auf oder? Weil da kommen sie glaube ich eh nicht her Weil ich brauche eine Waffe Alter Ich habe aufgemacht Ja Okay Alter direkt die Wunderwaffe man Das ist die wundervolle Waffe Nicer dicer Und ne Bazooka Alter ist das dein Ernst Oh shit Ja das ist der letzte warte dann nehme ich ihn mal mit Ich hoffe er läuft mir hinterher Er läuft mir hinterher Ich nehme nämlich Muniz Und kaufe dir mal ein bisschen Fragezeichenbox Ja Okay das ist schon mal Schmutz hier Hast du da mal gute Waffen oder wie schaut's aus? Ne leider gar nicht Mardig Okay passt Also wenn du willst kannst du ihn killen Ja ich ich Na gut ich habe jetzt M440 Muni gekauft Alles klar Strom ist hier Ich habe den Strom eingeschalten Hast du schon aufgekofft? Also Ne Mach das Soll ich aufkoffen? Ja mach das mach das Oh fuck Der ist durchgekommen Ist er tot? Ja der Wichser ist nicht tot Nein 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 Ich bin tot aber Hier kommen Hier kommen sehr viele Geh weiter Ich kann nicht schießen Ich kann nicht schießen Oh man Das kann doch nicht wahr sein Da unten ging es nicht weiter Da unten war Sackgasse Das war der Tod Ich wurde Ich wurde völlig überrascht Von diesem einen Zombie Ich wusste auch nicht dass der da ist Scheiße Scheiße Ja tut mir leid Leute Aber wir sehen uns in der nächsten Folge Wir zocken jetzt noch ein paar Runden Ich bin gespannt Ihr seid gespannt Wir alle sind gespannt Oh mein Gott was geht hier ab Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt